Ich habe euch geschickt, habe ich gefragt, jetzt weiß man, wenn man kommt und kommt raus, wenn man ein bisschen Marasain kommt, dann muss man auch noch ein bisschen Marasain machen. Ich habe nicht gegessen, aber ich habe gleich mal eine Kelle, dann möchte ich mich in Stief essen. Dann möchte ich mich in Stief essen. Dann möchte ich mich noch ein bisschen Marasain machen, dann möchte ich auch noch ein bisschen Marasain machen. Ist er denn eine Kelle? Er träumt eine Kelle. Ich möchte mich in Stiefel befregeven! saat ich zuerst, wir haben die Frage gemacht, wir sind schon ein Schabbos geworden. Wir waren schon mit Schabbos, in den gegessenen Siede. Ich habe das viele Schäden bekommen können, ich habe mir im Fungering, dass ich mich dazu ben. Es war ein Schabos geworden, wir sind in einem Schabos geworden, in einem Mäikkana. Chabos, chabos!